Er hebt seinen Hut und grüßt dich mit einem Lächeln. Merlin, der Magier. Und er sagt, eine neue Zeit. Ich weiss, die Erde befindet sich in einer unglücklichen Situation. Der Mensch, das Wesen, es möchte vorangehen. Und ich weiss, wie es ist, hier zu sein, auf dieser Ebene. Das Erfahrene widerspiegelt sich. Und dieser Spiegel zeigt die Vergangenheit. Der Neubeginn, das Neue, kommt. Ich sehe es und ich weiss es. Es ist ein Dienst, den ich immer noch auf dieser Ebene erbringe. Diese Energien zu vermitteln. Die Energien, die euch unterstützen. Diesen Weg in einer leichten Form zu gehen. Magisch, leicht, frei. Und die Magie der Zeit hat eine sehr tiefe, klare und strahlende Kraft. Weil gleichzeitig werden die Energien freier. Und der Dienst, den ich dir jetzt erweisen möchte, ist mit meiner Magie, den Stern auf deiner Stirn, auf deinem Körper strahlen zu lassen. Die Stirn, das klare Sichtfeld. Aus dieser Energie heraus kannst du das Wahre, Wahrhaftige erkennen. Und die Energie, die jetzt erzeugt wird, befreit, Neues, geschieht im eigenen Sehen. Sehen, Sehen, Wahrnehmen. Die unterschiedlichen Wahrnehmungen der Menschen. Und jeder Mensch erkennt die Erde, die Welt, seine Umgebung, seine Welt, aus seiner Sicht, aus seinem Bild, das er oder sie erschaffen hat. Und der Mensch, der es aus seiner Leichtigkeit heraus wahrnimmt, erkennt diese in seiner Welt. Der andere, der eine Schwere mit sich trägt, erkennt seine Welt mit dieser Schwere. Und dieser ganz klare Stern, den ich dir jetzt auf deine Stirn strahlen lasse. Bildlich stell dir vor, wie dieser klare Stern auf deiner Stirn ist. Und lass diese Energien durch dich strömen, durch deinen Körper, durch deine Energie bahnen. Und erkenne so die Schönheit, die Schönheit aus dieser Sicht heraus. Erkenne die Schönheit der Erde, der Natur, der Blüten. Und widerspiegle diese in deinem Leben. Ich habe sehr viel Menschen begleitet, damals, als ich auf der Erde war. Es gab viele Menschen, die zu mir kamen. Und ich zeigte ihnen genau diese Sicht, das alte Wissen, das Wissen, das alles aus der eigenen Perspektive entstehen kann. Und der Zauber ist, dass das Wissen, das Machen, das Vertrauen und der Glaube diese Stärke mit sich bringt. Die Energien, die du mitbringst aus der Vergangenheit hat teils diese klare Sicht in sich, das Wissen, das Vertrauen. Und gleichzeitig hindert dich vielleicht etwas, ganz in dieses Vertrauen zu kommen. so erkenne dich ganz, ganz in diesem Moment, ganz in Verbindung zur Erde, in deinem Körper. Und das Licht, das Sternenstrahl, durchströmt dich, durchströmt deine Energien und erhellt, erhellt dich ganz. die Magie, die Kraft, Vertrauen, Vertrauen, dass sich jetzt stärken, mit der Wahrnehmung, mit der Erdung und in dieser Verbindung zum Universum, zum Stern, zur Klarheit. Nehme die Energie ganz, ganz, ganz klar in dir auf. diese leichte, freie Energie, und erhellt dich, in dieser Verbindung, im Vertrauen zu sein. Ich freue mich, dir dieses Geschenk zu übermitteln, Merlin. Versäge. unda Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020